Wenn du 369 Euro immer wieder und wieder im Internet online verdienen möchtest und das ohne Vorerfahrung, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Denn ich verrate dir in diesem Video eine komplette Strategie, wie du mit Affiliate-Marketing und der geheimen Google-Strategie in der Lage bist, online Geld zu verdienen und das ohne dein Gesicht zu zeigen. Mit einer geheimen Webseite, die bisher kaum jemand kennt. Wenn du wissen willst, wie genau diese Möglichkeit funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute stelle ich dir mal wieder ein komplettes Tutorial zum Geldverdienen im Internet vor, und zwar mit Affiliate-Marketing und der Affiliate-Google-Strategie. Diese Strategie kennst du garantiert noch nicht, denn du brauchst dafür Zugriff auf eine ganz bestimmte Webseite, die kaum jemand kennt, die es dir aber ermöglicht, hochprofessionell und komplett ohne Startkapital als absoluter Anfänger sofort loszulegen, mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen. Wenn du Spaß daran hast, dann freue ich mich natürlich über ein Like und selbstverständlich auch über ein Abo für meinen Kanal. Ganz einfach oberhalb des roten Pfeils auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Und wenn du dann noch fix die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video mehr hier auf diesem Kanal bei Geniale Geld Ideen. Zweimal in der Woche gibt es hier neue, coole, spannende Ideen zum Thema Online-Geld verdienen und smart investieren. Ich würde mich total darüber freuen. Ganz, ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Wie funktioniert jetzt diese Strategie? Ganz kurz im Überblick. Affiliate-Marketing bedeutet ja, dass du kein eigenes Produkt brauchst. Du brauchst dich nicht zu zeigen. Du musst auch nichts selbst aktiv verkaufen, sondern du verkaufst oder bewirbst Produkte anderer Menschen und kriegst dafür dann eine Provision, wenn jemand dieses Produkt kauft. Und wir suchen ein ganz bestimmtes Produkt in einer ganz bestimmten Nische. Ich verrate dir, wie du dieses Produkt findest. Und dann verrate ich dir, was du tun musst und wie du mit einer ganz bestimmten geheimen Webseite und mit Hilfe von Google richtig viel Geld damit verdienen kannst. Und das ohne Startkapital und ohne Erfahrung. Klingt spannend? Das ist es auch. Also, wir legen los mit Schritt 1. Wir brauchen erstmal ein Produkt. Und geeignete Produkte findest du beispielsweise bei Digistore24. Das ist ein großer Affiliate-Marktplatz. Da findest du tausende von Produkten und Online-Kursen etc., die du bewerben kannst und dafür dann eine Provision erhältst. Du musst dich kostenlos bei Digistore24 registrieren. Wie das funktioniert, dazu habe ich ein Komplett-Tutorial bereits veröffentlicht. Schau dir dazu ganz einfach oberhalb des roten Files in der Infokarte das Video dazu ganz in Ruhe an. Und wenn du das getan hast und deinen Account eingerichtet hast, dann komm wieder hierhin zurück und wir machen weiter mit Schritt 2. Schritt 2 ist die Auswahl eines entsprechenden Produktes. Wenn du hier registriert bist bei Digistore24, hast du oben Zugriff auf den Marktplatz. Und hier gibt es tatsächlich tausende von Produkten in unterschiedlichsten Nischen, die du bewerben kannst und dafür kriegst du Geld. Und nur als Beispiel, du kannst natürlich in unzähligen beliebigen Nischen unterwegs sein, gehen wir mal in den Bereich Gesundheit und Prävention. Das ist gerade in Zeiten von Homeoffice und Corona natürlich sehr, sehr sinnvoll, dass man sich da weiterhin bewegt und das mit professioneller Anleitung. Und was funktioniert immer ganz gut? Zum Beispiel Yoga. Also ich suche mal ganz einfach hier nach Yoga. Und hier gibt es dann unterschiedlichste Kursangebote, einen Rückbildungskurs etc. Und wir nehmen diesen Yoga-Präventionskurs als Online-Kurs nur als Beispiel mal heraus. Warum? Weil dieser Kurs viele, viele Vorteile bietet. Erstens bekommst du 35% Provision pro Verkauf. Wenn also jemand dieses Produkt kauft, dann kriegst du eine Provision für einen einzigen Verkauf von 36,97 Euro. Und wenn du jetzt es schaffst, mit Hilfe dieser Strategie, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, nur zehnmal dieses Produkt zu verkaufen, dann hast du logischerweise zehnmal 36,97 Euro. Und das bedeutet 369 Euro. Und die kannst du natürlich skalieren und immer mehr damit verdienen. Also es ist durchaus möglich, nur zehnmal diesen Kurs zu verkaufen. Warum? Weil er sehr attraktiv ist. Denn, und das ist das Spannende, er ist von der zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert worden. Und das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten von ihrer gesetzlichen Krankenkasse bis zu 100% dieser Gebühr wieder zurückerstattet. Und das erleichtert es natürlich zu sagen, jo, ich mache da mit. Wenn du das Ganze wahrnehmen möchtest, dann klickst du auf jetzt promoten und bekommst dann hier einen Link angezeigt. Und das ist dein Affiliate-Link. Und wenn sich jemand über diesen Link anmeldet und diesen Kurs kauft, dann bekommst du diese 36 Euro pro Verkauf. Die Webseite, die findest du hier. Das ist die Verkaufsseite. Und wenn du über deinen Link reingehst, dann sieht die genauso aus. Präventionskurse online, Hatha-Yoga-Online-Kurs. Und das ist das Schöne und das Spannende dabei, dass es hier viele, viele Informationen gibt, warum du das Ganze machen kannst und machen solltest. Und hier ein sehr sinnvolles Logo, zertifizierter Präventionskurs. Und das ist das, was die Menschen tatsächlich begeistern wird. Und es erleichtert, eine hohe Conversion zu erhalten, weil sie eben sich diese Kursgebühren wieder zurückerstatten lassen können. Und das nutzen wir jetzt, um im nächsten Schritt diese geheime Webseite und die Google-Strategie zu nutzen, um Menschen zu begeistern für diese Webseite und für diesen Kurs. Denn wenn man nicht weiß, dass es diese Webseite gibt, dann wird natürlich niemand diesen Kurs kaufen. Und das werden wir jetzt ändern. Und die geheime Webseite, die wir dafür brauchen, ist Rightly. R-I-T-E Punkt L-Y. Das ist eine Möglichkeit, auf beliebige Websites, und das ist das Spannende daran, deine eigenen Werbeanzeigen einzublenden. Was bringt das? Ganz einfach, du musst nicht jetzt deinen Affiliate-Link nehmen und irgendwo versuchen, den in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu promoten, wo er sowieso nicht genommen wird oder teilweise sogar gelöscht wird. Sondern du kannst echten Content, echten Mehrwert bieten, indem du anderen Menschen spannende Websites oder Blogartikel zum Thema Yoga beispielsweise empfiehlst. Und du kannst auf jeder Webseite und auf jedem Link, den du auswählst, deine eigene Anzeige zunächst mal in einer siebentägigen Testphase kostenlos einbauen. Und warum das so sinnvoll ist und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich dir live im Account. Du gehst also auf die Webseite, Rightly, und klickst dann hier auf Start a free trial und gibst dann hier deine E-Mail-Adresse ein. Die musst du bestätigen und schon kannst du loslegen und dich in deinen Account einloggen. Wenn du dann registriert bist, hast du direkt Zugriff kostenlos sieben Tage lang auf dieses Backend. Und hier werden wir jetzt unsere kostenlose Anzeige erstellen. Und dann kommt hier in diesem Moment die Google-Strategie ins Spiel. Wir gehen also auf Google und suchen sehr, sehr gute Yoga-Anleitungen oder weitere Websites und Blogartikel, die Menschen helfen, im Bereich Yoga Fuß zu fassen. Also gucken wir mal hier nach Yoga-Anleitungen beispielsweise. Zum Beispiel hier ziemlich oben in der Empfehlungs- und Ergebnisliste Yoga-Übungen 20 Asanas für Anfänger und Geübte. Gucken wir mal, was das ist. Und da siehst du, das ist sogar eine seriöse Geschichte. Es ist ein Gesundheitsportal und da gibt es interessante Informationen zu Yoga-Übungen für Anfänger und Geübte. Hier klickst du dich dann durch die Webseite und durch die einzelnen Themen hindurch. Und diese Webseite werden wir jetzt nutzen, um hier unsere eigene Anzeige reinzustellen. Und das komplett kostenlos. Und dann gehen wir zurück zu Rightly und gehen auf diesen Bereich Ads, Create New Ad. Und die nennen wir jetzt Yoga beispielsweise. Und dann hast du hier die Möglichkeit, diese Anzeige zu gestalten, die dann auf der eigentlichen Webseite mit den Yoga-Übungen eingeblendet wird. Wir könnten ein Video oder ein Image, also ein Bild beispielsweise nehmen. Genau das werden wir nämlich auch tun. Und dann hier ein sogenanntes Evil Pop-Up auswählen. Das heißt, es wird dann ausgespielt und hier in der Mitte dieser Webseite dann ganz einfach angezeigt. Da kann man noch entscheiden, nach wie vielen Sekunden das der Fall sein soll. Zum Beispiel drei Sekunden, nachdem die Webseite aufgerufen wird, wird dann diese Anzeige angezeigt. Und da können wir hier einen Button-Text aussuchen. Und hier würden wir jetzt zum Beispiel auf draufschreiben, jetzt mehr erfahren, um sich dann eben anzumelden und auf diese Webseite weitergeleitet zu werden, wo du diesen Präventionskurs dann buchen kannst. Und dieser Button-Link, das ist das Wichtige und das Spannende daran. Diesen Button-Link, den ersetzt du durch deinen Affiliate-Link von Digistore24. Also den Affiliate-Link, den dir hier unter Jetzt Promoten angezeigt wird für den Yoga-Präventionskurs, den setzt du jetzt hier als Button-Link ein. Und das bedeutet in dem Moment, wenn ihr mit hier draufklickt, wird er weitergeleitet auf diese Landingpage. Und wenn jemand diesen Kurs kauft, dann bekommst du deine Provision. Was wir aber jetzt brauchen, ist natürlich dieses Bild, um ein wirklich attraktives Pop-Up zu gestalten. Und das machen wir folgendermaßen. Das ist der nächste Schritt, kostenlos mit Canva. Bei Canva hast du die Möglichkeit, beispielsweise Postkarten zu gestalten. Und das nutzen wir jetzt einfach mal nur, um als Vorlage ein Template im Querformat zu haben. Und wir können die komplett neu erstellen, Postkarte erstellen, leer. Und beginnen dann hier unsere Anzeige zu gestalten, die wir dann bei Rightly letztendlich hier anzeigen lassen werden. Und man könnte jetzt hier Vorlagen durchsuchen, ob da vielleicht schon irgendwas zum Thema Yoga zu finden ist. Und da finde ich dieses hier beispielsweise sehr gut. Es gibt ja unterschiedliche, so eine, so eine. Ich würde jetzt einfach diese hier mal vorschlagen. Und die können wir jetzt individualisieren, um das eben passend zu machen für unsere ganz einfache Anzeige. Und du wirst sehen, wie einfach und wie schnell das funktioniert. Das löschen wir ganz einfach mal. Das kann ich nach oben setzen. Diesen Text brauchen wir später. Denn das Besondere an dieser Geschichte ist ja, dass du diesen Kurspreis von deiner Krankenkasse erstattet bekommen kannst. Also nutzen wir jetzt erst noch ein paar Elemente von der Landingpage. Wir gehen also hier rauf und nutzen erst mal dieses Bild hier, den zertifizierten Präventionskurs. Das heißt, wir gehen hier drauf, klicken mit der rechten Maustaste, können das Bild einfach kopieren. Und mit Copy-Paste ganz einfach hier einfügen. Das kann ich noch vergrößern, verkleinern, sodass man direkt sieht, das ist ein zertifizierter Präventionskurs, der dir helfen kann, Yoga zu lernen. Text können wir auch ganz einfach von der Landingpage uns holen. Atha Yoga Online-Kurs auch kopieren und ganz einfach hier einfügen und einfach diesen Text ersetzen. So, und dann können wir es noch ein bisschen so ziehen, dass es gut aussieht. Und hier kommt jetzt der eigentliche Erklärungstext rein und auch den können wir uns hier von übernehmen. Zum Beispiel hier mehr Achtsamkeit, Entspannung, Balance und Bewegung im Alltag. Und darunter kommt noch der Hinweis, 100% Rückerstattung über die Krankenkasse. Das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus für eine Anzeige, die dann gleich eingeblendet wird. Das Erste, was du jetzt tust, ist, du klickst hier oben auf den Pfeil und kannst das Ganze dann runterladen. In diesem Fall würde ich das als PNG runterladen und ganz einfach speichern. Dann gehen wir wieder zurück zu Rightly und können dann hier das Bild hochladen. Und wenn das erledigt ist, dann siehst du, wie die fertige Anzeige aussieht. Und das ist richtig cool. Hat der Yoga Online-Kurs, alle Informationen, cooles Bild, jetzt mehr erfahren. Und wenn dann jemand hier hinterher auf diesen Link klickt, kommt er zu der entsprechenden Website. Wenn wir unten auf Done klicken, ist alles erledigt. Und jetzt kommt die Magie. Jetzt werden wir diese Webseite, die wir mit anderen Menschen teilen können, weil sie wirklich Mehrwert für Yoga-Anfänger bringt, mit dieser Anzeige komplett kostenlos kombinieren. Das machen wir folgendermaßen. Du gehst jetzt oben in die Adresszeile und kopierst ganz einfach die URL dieser Webseite heraus. Und wenn das erledigt ist, gehen wir zurück zu Rightly. Und was du jetzt machen wirst, ist hier die Ziel-URL einzugeben, die wir also gerade rauskopiert haben. Das ist die hier mit den Yoga-Übungen. Und du kannst jetzt ganz einfach mit einem Mausklick sozusagen diese Webseite mit deiner kostenlos gerade erstellten Anzeige kombinieren. Indem du hier die Anzeige, die wir gerade erstellt haben, namens Yoga, auswählst. Und dann klickst du auf Create Link with Add. Und dann ist alles erledigt. Das hier ist dann der Link, der gerade erstellt wurde. Und wenn du den jetzt kopierst, dann merke ihn dir gut, denn das ist der Link, den du jetzt immer und immer wieder mit anderen Menschen teilen kannst. Wenn du also jemanden findest, der wissen möchte, was hat es mit Yoga auf sich, wie kann ich als Anfänger damit loslegen, dann kannst du den Menschen echten Mehrwert bieten, indem du sagst, ich habe dir eine coole Webseite gefunden mit vielen tollen Übungen für Anfänger und auch Fortgeschrittene. Und dann schickst du denen diesen Link. Und was passiert dann, wenn dieser Link eingegeben wird? Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Dann öffnet sich diese Webseite und nach drei Sekunden wird ganz automatisch hier deine eigene Anzeige eingebunden. Und das ist richtig cool. Also es passt wirklich zum Thema und man kann es entweder wegklicken, aber viele werden auch sehen, oh Rückerstattung, Krankenkasse, da möchte ich doch ein bisschen mehr erfahren. Dann klickst du darauf und dann wirst du automatisch weitergeleitet zu deinem Affiliate-Link für diesen Präventionskurs. Und diesen kannst du dann immer wieder und wieder nutzen. So einfach funktioniert diese Google-Strategie. Die Frage ist jetzt, wie kannst du das Ganze bewerben? Und dazu gebe ich dir zwei Möglichkeiten. Erstens eine Online-Möglichkeit, um kostenlosen Traffic zu erzeugen und eine Offline-Möglichkeit. Ja, Offline tatsächlich. Und die ist wirklich sehr, sehr clever und die kann deine Einnahmen tatsächlich verdoppeln. Bleib also auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Die erste Möglichkeit, die ich sehr, sehr gerne nutze, weil sie extrem viel Potenzial bietet, ist über Quora. Die Quora-Traffic-Strategie ist echt super. Du gehst also auf die Webseite Quora, erstellst dir kostenlos einen Account und was du dann machst, ist ganz einfach, Quora zu durchsuchen. Zum Beispiel nach Themen rund um Yoga. Beispielsweise Yoga und Gesundheit. Und da gibt es ganz, ganz viele Inhalte und auch natürlich Fragen zu so einer Geschichte. Und du kannst dir diese Fragen ganz einfach durchlesen und auf diese Fragen alle antworten. Zum Beispiel, welche Yoga-Übung würdest du für Anfänger empfehlen, weil sie besonders gut geeignet ist für Newbies? Dann klickst du hier drauf, klickst auf Antworten und kannst dann beispielsweise da so etwas reinschreiben wie Ich empfehle dir diesen Blogartikel des Gesundheitsportals Lifeline. Da gibt es 20 tolle Übungen, die sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet sind. Zurzeit gibt es auch ein Angebot für einen zertifizierten Online-Kurs, der 100% von der Krankenkasse erstattet werden kann. Vielleicht ist das Angebot ja noch online. Hier findest du die Übungen. Also wir geben echten Mehrwert Antworten auf diese konkrete Frage und müssen jetzt nur noch unseren Link, unsere URL von Rightly hier einbinden. Und genau das machst du, indem du die URL, die du gerade kopiert hast, hier ganz einfach reinkopierst. Und du siehst, da steht jetzt zwar diese Rightlink-URL, aber nirgendwo, dass du irgendwie eine Anzeige da reinschaltest oder irgendetwas anderes, sondern nur der Link zu diesen 20 Asana-Übungen. Und das kannst du mit vielen, vielen weiteren Inhalten, Informationen etc. machen, je nachdem, zu welchen Fragen du Antworten geben möchtest. Dann klickst du auf Veröffentlichen. Und in dem Moment ist alles erledigt. Wenn du mit hier draufklickst, kommt er auf deine Webseite. Und nach drei Sekunden öffnet sich dann die Anzeige für diesen zertifizierten Online-Kurs, den du klammheimlich ja schon leicht angeteasert hast. Und du siehst, dass hier ganz, ganz viele ähnliche Fragen schon existieren. Was ist Yoga? Was sind die Vorteile? Was brauche ich, um mit Yoga zu beginnen? Und all diese Antworten findest du bei Google und kannst dann immer wieder und wieder Anzeigen erstellen auf diesen Zielseiten und so wirklich echten Mehrwert bieten. Das ist das Wichtige dabei. Und unterschwellig deinen Affiliate-Link promoten. Diese Strategie ist viel, viel lukrativer und funktioniert viel, viel besser als stumpf, irgendwo irgendwelche Links direkt zu posten, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu kaufen. Aber ich habe ja auch gesagt, es gibt noch eine letzte Strategie, wie du kostenlosen Traffic bekommen kannst und das tatsächlich offline. Und wie machst du das? Ebenfalls mit Google. Denn wir suchen uns jetzt Arztpraxen heraus und Apotheken und andere Etablissements, bei denen es möglich ist, so stumpf und so blöd es klingt, ganz einfach Postkarten oder Flyer auszulegen, die irgendetwas mit Gesundheit zu tun haben. Also, wir geben mal Arztpraxis ein und dann in der Stadt, in der du wohnst, können wir einfach mal Köln auswählen oder wo auch immer eben dein Einzugsgebiet ist, wo man auch mal eben hinfahren könnte und irgendjemandem da etwas reinreichen könnte, was ausgelegt werden kann. Dann können wir über Google Maps gehen, sodass du dann hier gleich unterschiedlichste Arztpraxen hast. Und das Einzige, was du dann tun müsstest, ist, du gehst da hin oder du rufst vorher an und sagst hier, ich bearbeite zusammen mit einem zertifizierten Online-Kursanbieter für Yoga, für Einsteiger und fragst, ob das vielleicht möglich wäre, ein paar Flyer oder ein paar Postkarten im Wartezimmer auszulegen. Und du glaubst gar nicht, wie viele sagen, jo, das ist interessant für unsere Patientinnen und Patienten, komm gerne vorbei und leg da mal 20, 30 Postkarten aus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben nicht der Fall, aber es gibt ja unzählige Arztpraxen, bei denen du anfragen kannst. Das ist ein bisschen Arbeit, aber das ist eine super, super Möglichkeit, offline deinen Affiliate-Link zu promoten, weil du eben 100% Zielgruppe hast. Das sind alles Menschen, denen geht es nicht gut, die brauchen irgendetwas. Und wenn dann noch dabei steht, dass die Krankenkasse das Ganze erstattet, dann hast du hier wirklich extremes Potenzial, um deinen Affiliate-Link hier zu promoten. Und das Tolle ist, auch hier hilft dir Canva. Wir haben ja unsere Postkarte erstellt und das ist der zweite Grund, warum ich das Ganze als Postkarte gestaltet habe, weil du eben nicht nur hier das Ganze runterladen kannst, sondern du kannst auch hier auf diesen Button gehen und dann Postkarten drucken auswählen. Und die kannst du dir ganz einfach nach Hause liefern lassen und sagst, okay, ich möchte die jetzt in A6 haben, auf was für einem Papier auch immer. Da kosten 50 Stück 27 Euro plus Umschläge, wenn du noch welche haben möchtest, die kannst du aber auch rausnehmen. Dann klickst du auf Weiter und dann kannst du dir das direkt von Canva nach Hause schicken lassen, um dann diese Postkarten in Arztpraxen etc. auszulegen. Und ich bin sicher, in dieser Kombination mit dieser Affiliate-Google-Strategie, mit der geheimen Webseite Rightly, wirst du es schaffen, komplett ohne Vorerfahrung richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und zwar weitaus mehr als die knapp 400 Euro, die ich dir in diesem Video versprochen habe. Eine weitere coole Affiliate-Anfänger-Strategie findest du als Komplettanleitung auf dem Video, was ich links einmal für dich verlinkt habe. Und wenn du rechts drauf klickst, da findest du die komplette Affiliate-Playlist mit ganz, ganz vielen Ideen, Tipps und Tricks rund ums Thema Affiliate-Marketing. Schau da gerne mal rein und egal, ob du links klickst oder rechts, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen.